willkommen ihr lieben zu einer folge clash of grenzen mit mir den torsten ja ich mache mit euch die liga heute abend zu ende oder heute kommt oder heute spätabend oder frühabend ganz egal sie läuft halt aus und ich habe so ein bisschen noch etwas aufzunehmen ja ich meine es gibt ja immer so ein bisschen liga zu zeigen aber das meiste seht ihr natürlich auf twitch.tv schräger toto clashed in den live streams von der hausfahrer von der bande oder aber auch von free to play aber free to play bin ich heute mal drin und will den ganzen tag mal beenden dann lernt ihr so ein bisschen auch kennen wie ich eigentlich ticke ich greife sehr gerne abends abends an oder abends am stück an ich habe es tutos bande eben einmal komplett durchgeballert das heißt also von unten nach oben von meinen neuen an bis zu meinem besten elfer alles weg gemacht das gleiche mache ich jetzt hier auch im clan free to play aber als erstes auf einem handy hier ich weiß den account die habe ich leider noch auf dem handy den habe ich nirgendwo hin übertragen können bisher deswegen muss ich aber mit dem donnerbengel 20 hier ran ich gucke mal gerade was ich mir eigentlich für eine base machen kann ja die können wir machen die können wir auf jeden fall machen hier und ich sage jetzt nicht hier attack sondern ich sage er hier unten attack mal sehen auf dem eulen samsung hier das ist ein samsung neuen edge ist das hier wir greifen mal an ich habe alles beisammen jawohl perfekt auf geht's so da oben ist jetzt wird live kommen dann würde ich auch mal live und wir kommen über ecke rein ich weiß es denn ich will eigentlich nur das rathaus haben hier mit meinen wirklich wirklich mini mini account wirklich mein ganz ganz kleinen mini account hier oder habe ich schon irgendwie gefettfingert gerade kann das sein da mit dem gift oder so springen könnten wir da noch mal richtung adler falls wir soweit kommen aber ich glaube ich hatte jetzt zwei gifte beine kann das sein ich glaube ich hatte zwei gifte bei leute okay ich weiß auch was in der klaren buch habe müsste eigentlich reichen hier es reicht gerade so es reicht gerade so für ein stern erreicht es noch für den zweiten stern ja das müsste eigentlich noch für den zweiten stern reichen hier auch wenn der adler die ganze zeit ballert 47 prozent was geht hier unten noch queen ist noch am start 50 prozent ihr wollt gerade so geschafft leute hat es so schafft omg ja so machen die das ja immer bei der wm der die halten dass er dann immer in die kamera ja das ist es gewesen und aber so haben wir ganz gut zwei stände geholt hier hast ja kann ich weiter so bauen hat der donnerwengel 20 mal eine coole woche hier hinter sich gebracht und ich bleibe aber gleich hier oben drauf auf dem ding also alles am stück hier schneiden mache ich mache ich gleich erst wir haben hier keine fahnen wir haben hier jetzt ich bin glaube ich auf dem chef koch ja das passt ich bin auch ein chef koch wir können einen runter gehen schmidt max greift nicht an hier das heißt also ich kann einen runter gehen mit dem account hier und kann den elber hier machen denn wir brauchen noch sterne leute wir brauchen noch die sterne und ihr habt ja gesehen obwohl warte mal mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem das ist mit dem neben dem war das noch gar nicht mit dem war das gar nicht was ist das eigentlich da immer mit dem loch in der base was soll das okay ich weiß gar ich weiß wirklich nicht was das soll mit dem loch in der base trotzdem nervt mich natürlich die in fernos hier das sollen die nicht machen sollen weg bleiben okay die soll mal weg bleiben so ich muss jetzt als erstes die queen schicken damit der drachen nicht ganz so weh tut würde ich sagen dann den helden wenn ich bin ich bin gar nicht auf dem ich bin ich auf dem schiff koch das ist der schiff barfuß leute das falsche account hier auch ich mache jetzt mit dem falschen account das falsche dorf gerade ich mache gerade mit dem falschen account das falsche dorf glaube ich aber ich hätte mit einem ganz anderen angreifen sollen wie ärgerlich und wie ärgerlich aber okay nicht mehr zu vermeiden nicht mehr zu vermeiden hier und dann haben wir es eigentlich geschafft was gut war es eigentlich ganz gut gepackt hier kann man noch mal was machen aber jetzt habe ich mit dem falschen account leute was ist das für eine fatale woche fatale fehler woche von mir ehrlich es geht eigentlich gar nicht und ich sehe auch so komisch aus ich bin so blass eigentlich bin ich gar nicht so blass ich mache mich mal nicht mehr so blass ich habe doch ein bisschen mehr farbe im gesicht oder es geht ja gar nicht okay eben was helfen auch halt muss man das box da ich habe glaube ich mit dem nicht richtigen account den nicht richtigen gemacht jetzt nicht mehr ärgerlich wie ärgerlich ich sehe das schon ja habe ich ich trottel so seht ihr das wie ich mich hier abends quäle ich mache mit dem 13 11 mit dem 12 muss jetzt ein 13 machen man 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 was für eine fatale woche für mich ehrlich aber okay da müssen wir jetzt durch da ich kann ich kann jetzt ich kann das rad nicht zurückdrehen oder die zeit nicht zurückdrehen also müssen wir hier durch die sie mister t weniger easy sondern eher dumm von mir dass ich das so gemacht habe aber okay dumm von mir dass ich das so gemacht habe echt man oder das was 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 kann man gegen diese vergesslichkeit oder gegen die oder gegen die dusseligkeit ich glaube da kann man nichts daran machen manchmal tut es auch ganz schön weh ich hätte den machen sollen hier okay ich wie gesagt ich kann jetzt wir können jetzt nicht dran reißen zwölf auf zwölf vielleicht wird es nur ein stern vielleicht werden zwei ich glaube ja nie daran dass es mal drei werden gleich die tesla farm erwischt ihr sehr schön gleich die tesla farm hier unten erwischt das ist sehr cool queen mit drin und das ding macht ganz gut auf da das heißt wir können hier oben nochmal vielleicht springen wo ist mein king da ist mein king gerade ok so die können sich das rad rost davor nehmen sehr schön was machen die valkyren auch die valkyren in der nado ok oder der war nicht gut aber leute ich habe noch drei frost ok ich habe noch drei frost die muss ich sinnvoll nutzen hier unten ist aber auch alles weg das sollten wir eigentlich gepackt haben immer noch zwei frost über dann nehmen wir das mal hier für die beiden sachen und für die beiden sachen dass sie nicht so umballern da haben wir doch geschafft okay haben wir doch geschafft und dann können wir uns gleich eine ecke höher bewegen also auf so echte 13er und nicht so pseudo 13er wie der schief barfuß dass er ist also einer meiner beiden rusher wenn ihr das video von gestern gesehen habt dann wisst ihr auf jeden fall bescheid und das bauen wir nach wir gehen auf den donner bengel das wäre jetzt der nächste das mal 13 jetzt kommt es mir jetzt fliegen wir mit blimp ahoy jetzt fliegen wir mit blimp ahoy ich weiß nur noch nicht auf welche base wir das machen wir können ja ein runter gehen hieß es und dann haben wir immer noch zwölfer hier immer noch zwölfer ich gucke aber mal was hier unten noch so offen ist pummelfee hat noch offen und auch kampfgurke die schaffen den letzten zwölfer auch noch alpa schafft den auch das heißt also pummelfee alpa oder kampfgurke das heißt ich müsste eigentlich frühestens daran ich müsste frühestens hier an hier muss erst mal kleinen plan machen gerade also muss ich doch mal kurz kurz katten okay leute ich habe eine idee wo wir landen können ich muss mal eben schauen was habe ich denn gesagt von der bengel kann ein bisschen runter gehen ane der muss fast sein gegenüber machen okay fast sein gegenüber machen aber ich habe eine idee wie wir da landen können ich habe mir die base jetzt ein bisschen angeschaut und ich würde sagen zwei luftabwehren hier unten okay ja das ist gar nicht mal so einfach mal sehen wo meine blimpie gebetet wird 12 12 dann lassen wir die mal von da so fliegen dass die luftabwehr darauf ballert und wir hier da landen können man mann 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 noch ein bisschen aber wir kriegen den zweiten da hinten der ist ja der ist so weit weg aber die kanone sollten wir noch kriegen und den bogenschützen turm die magiert um hier sollten wir auch bekommen okay dann nehmen uns jetzt erstmal die kleinen buch und den helden hier hinten vor weil wir haben nämlich keinen ja wir haben kein gift weiter dann nehmen wir ihn noch mit rein 1 2 3 4 alles gut alles noch easy peasy leute allerdings müssen wir jetzt gleich die ziehen die nehmen wir hier für die königin die stirbt top und dann können wir hier durch 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 wir nehmen hier den roll champion mit drin und müssen jetzt mal gucken dass wir nicht ganz so lange hier eben im ding stehen wo mein roll champion weiß aber schnell weg war wo war ja 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 ok ich hätte hier unten anfangen soll ich wollte hier unten anfangen jetzt aber mich hier ganz aus dem konzept gebracht jetzt kriege ich das nicht mehr mehr gegen den feger hier geflogen ok doch der feger ist jetzt endlich weg Ah, nee, doch noch nicht. Okay, jetzt ist der Feger endlich weg. Meine Herren, hat das gedauert. Meine Herren, hat das gedauert. Aber okay, das werden wohl... Das wird von 1 Sterner, ne? Naja, so ist das manchmal abends, ne? Wenn man ein bisschen Hetze hat und eilig und mach mal und tu mal. Ach, dusselig. Okay, 1 Sterner sind tunlich zu vermeiden. Hieß es heute noch. Jetzt weiß ich auch warum. Jetzt weiß ich auch warum. Wir machen aber einfach weiter mit dem nächsten, das ist der Beckensheriff. Zack, zack, geht hier ein Angriff, ja, den nächsten hier. Auch mit einer Blimp, hatte ich ja gesagt, mit 13 nehme ich die ganz gerne. Mit den voll 13er, mit Toto und mit Schiefbarfuß nehme ich die mal noch nicht. Die haben noch nicht volle Truppenkapazität und deswegen mache ich das da eher nicht. Mal sehen, ich kann, aber glaube ich einen, ah ne doch, ich müsste hier, 8, 9, 10, Beckensheriff, noch einen da. Hier lässt sich gar nicht so gut mit einer Blimp rauffliegen. Muss ich gerade feststellen. Danke für die Gamebox. Hier lässt es sich gar nicht so gut mit einer Blimp rauffliegen. Hier schon ein bisschen besser. Und vor allen Dingen ist der Rest wirklich nicht so gut. Die Base hier ist ja wesentlich lower. Hätte ich fast gesagt. Die Magertürme sind ultra klein. Kanönchen auch, obwohl die Kanönchen mich jetzt nicht wirklich so stören. Aber ihr seht das hier. Ich bekomme schon mit dem, mit dem kleinen Babydrachen hier die erste Defensive raus. Und da schießt auch noch ganz kleiner Magerturm, äh, Bogenschutzenturm. Okay, 1, 2 und 2. Wir nehmen hier einen davon mit rein. Einen hierin. Und dann hoffen wir, dass wir da wieder landen können, wo wir eigentlich landen wollten. Hier auf der Platte. War auf jeden Fall rechtzeitig alles geworfen. Sehr schön. Einmal ein Wut hier mit drin. Rathaus ist weg. Und der dumme Drache ist gleich auch weg. Denke ich mal. Und vielleicht noch der Inferno geht auch weg. Okay. Das Lager geht auch noch weg. Und, ähm, na, ich würde sagen, das lassen wir da, das, das, das lassen wir hier hinten mal so. Nehmen die Valkyrie hier mit rein. Mal sehen, ob wir hier irgendwo so einen Mauerbruch spielen können. In dem zweiten Babydrachen hier nochmal mit. Für die Luns, die können sich gegen den Drachen auf jeden Fall nicht wehren. Da haben wir nochmal einen Bruch. Für die Queen, die brauchen wir aber da nicht. Okay. Das ist noch Level 1 hier. An Scattershot ist also auch nicht so schlimm. Vielleicht, vielleicht hat der King, vielleicht hat der King doch nochmal Bock da rein zu gehen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Alter. Ja, wirklich, dieses ist aber wirklich low jetzt, ne. Finde ich. Haben wir noch irgendwo, da haben wir noch einen Helden irgendwo in der Mitte. Sehr schön. Da haben wir noch einen Helden. Hier haben wir noch, ah, diese doofe Außen-Dev, ne. Und wir haben nichts in der Ability drin gehabt. Und wie dann? Wieder gegen einen Feger. Wieder gegen so einen dummen Feger. So, aber wieso mache ich, wieso mache ich heute eigentlich diesen Fehler, dass ich die ganze Zeit gegen einen Feger fliege? Wieso mache ich diesen Fehler, Fegerfehler? Und das Ganze heute schon zweimal. Das wären sichere drei Sterne gewesen. Die Base war ja schon fast mit meinen Helden und mit der Blimp weg. Aber nein, Toto muss ja unbedingt gegen einen Feger ankämpfen. Ist klar. Naja, den Adler haben wir wenigstens noch gekriegt. Zählen die Sachen hier, die man eigentlich auch zerstört für die Erfolge? Ich glaube nicht, ne. Aus den Klankriegen zählt das, glaube ich nicht, ne. Kann das sein. Naja. Einen Angriff habe ich noch, Leute, mit dem Rathaus 15 auf. Ja, wahrscheinlich 14 oder mal sehen, ob es auf 15 wird. Und auch hier wäre eine Blimmspiegel, denke ich mal. Halt, der war gar nicht mal so schlecht. Warte, 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 der war gar nicht mal so schlecht. Der Gift war gar nicht mal so schlecht. 1, 2, 1, das, das. Er braucht dringend eine größere Clam-Bug, Leute. Wir brauchen dringend eine größere Clam-Bug. Die wollte ich aber als nächstes eigentlich levelen. Ich habe allerdings jetzt die nächsten 100 Tage, ne, 7 Tage, keinen Bauarbeiter frei. 100 Tage, ne. So lange dauert es auch. Ja, ich weiß. 100 Tage. So lange dauert es auch. Und ich würde sagen, wir machen lieber sichere Sterne. Lieber sichere drei Sterne als nur ein, ein Sterne. Okay, wir gehen rein. Wir gehen hier mal rein. King Queen Mordbrecher Queen gibt alles. Lass dich nicht natzen. Hat sie nicht gemacht. Okay. Hat sie nicht gemacht, Leute. Ich dachte schon, die Queen lässt sich dann natzen. Hat sie aber nicht gemacht. Okay. Dann unser Luftschiff hier mit rein. Ihn hier mit rein. Wo ist unser Boden? Da ist unser Boden. Und wir kämpfen wieder gegen den Feger. Wieder gegen den Feger hier. Ei, da sind gerade noch ein paar andere. Ich glaube, das sind gerade noch ein paar andere Truppen. Da sind noch gerade ein paar andere Truppen hier mit reingekommen, Leute. Na ja, trotzdem schlechter Angriff, würde ich sagen, oder? Geht noch. Wenn wir den Inferno noch schaffen, dann sollten wir es eigentlich packen. Okay, Inferno ist weg. Royal Champion ist auch noch am Start. Na ja, dann sollten wir es eigentlich schaffen hier. Frosty bringt noch ein paar Mites mit hier, um noch ein bisschen was wegzufrasten. Naja, war jetzt mein vorletzter Liga-Angriff, Leute. Und ich habe jetzt nur noch mit Thorsten anzugreifen. Allerdings laufen da die Clan-Kriege richtig weit in der Nacht raus. Ich habe jetzt hier abends aufgenommen, um das Ganze zu schaffen, weil ich jetzt am Freitag etwas weniger Zeit für ein Video habe. Und deswegen habe ich mich noch hingesetzt und habe euch wenigstens noch ein bisschen Liga gezeigt. Noch ein paar Angriffstrategien. Okay, viel blind dabei. Nach wie vor Rathaus 13 Rathaus. 13 Rathaus 15 auch noch. Mit dem hier habe ich jede zweite Armee so. Geht auch zum Farmen ganz gut. Und natürlich um ein wenig hier zu üben. Aber Leute, drei sind drei. Und mal sehen, wo wir jetzt stehen mit Free-to-Play. Ich glaube, wir steigen auf. Ich glaube, wir steigen auf. Oder uns ist der Sieg nicht mehr zu nehmen, sagen wir mal so. Ja, aufgestiegen sind wir in jedem Fall. Auch wenn wir jetzt noch gerade so Erster sind. Ich kann mir vorstellen, dass wir kein Erster werden. Denn der Clan, der andere Clan, hat auch noch neun Angriffe hier. Ich rechne mal gerade ganz, ganz billig hoch. Neun mal zwei sind 18. Da machen die noch 1, 2, 3, 3er. Und dann sind die hier locker über 61. Aber die sind A unter uns. Die Eagles gewinnen nochmal. Und die neuen Fingers können ruhig gewinnen. Und trotzdem sind wir dann Zweiter. Und steigen damit auf. Steigen damit auf in Crystal Liga 1. Glückwunsch, würde ich sagen, an der Stelle. Und das ist schon knapp an Meister 3 dran. Okay, also mit einer 30er Liga. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Sind 30er Ligen wirklich besser oder nicht? Lohnt es sich eher, das Ganze auszuschöpfen. Bis man irgendwann Richtung Champion ist. Ich meine zwischen Crystal 1 und Champion 3 Ligen. Eigentlich nur noch drei Ligen. Nämlich Meister 3, Meister 2, Meister 1. Aber danach wird es eh ein bisschen dünner. Und ich habe noch nie eine Meisterliga mit 30 Leuten gespielt. Ich denke mal, da müssen die Rathäuser auch alle noch wieder insgesamt ein bisschen höher kommen. Okay, 2 9, 13 haben wir ja reingekriegt. Tolle Wurst. Und ich denke mal, war aber trotzdem eine ganz coole Woche. Wir haben einmal verloren. Und den Rest haben wir ganz gut gewonnen. Manchmal knapp, manchmal ein bisschen ärgerlich. Also der verlorene Clan-Krieg von gestern war natürlich ärgerlich, weil nicht alle angegriffen haben. Aber dennoch, denke ich mal, war es eine erfolgreiche Liga-Woche bei Herausforderern. Kann ich es euch, wie gesagt, noch nicht sagen. Da läuft die Liga noch weit über 6 oder 7, 8 Stunden. Und da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, ob wir aufsteigen oder ob wir die Liga halten. Das werdet ihr dann wahrscheinlich erst im Livestream sehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos und in weiteren Folgen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schönes Wochenende. Euer Toto. Plasht.